Der Diener Sie haben großes Glück. Sie sind oft in Julias Nähe und trotzdem laufen Sie noch frei herum. Ich will Sie nicht verhaften oder mit Ihnen über Julia reden. Wissen Sie, wo Stephen Slate sich gerade aufhält? Also offen gesagt suche ich ihn selbst schon seit gestern Morgen. Wir wollten zusammen frühstücken. Als er nicht kam, habe ich ihn angerufen. Doch es war nur der Anrufbeantworter dran. Ja, haben Sie den Manager gefragt? Ja, ich habe ihn gefragt, aber er hat Stephen ebenso wenig gesehen. Er sagt, er sei hier seit zwei Tagen nicht mehr gewesen. Ich habe keine Ahnung, wo er noch sein könnte. Ich habe ihn überall gesucht. Haben Sie eine Idee? Nein. Hat er Schwierigkeiten gemacht? Schön, dass Sie sich darum kümmern konnten. Vielen Dank. Und ganz besonderen Dank für diese Information. Ich melde mich dann bei Ihnen. Wiederhören. Eine weitere Produktionsfirma, die darum bettelt, für die Capital Oase Werbung machen zu dürfen. Sag Ihnen einfach, Sie sollen sich an unseren Kunstexperten und unser überaus kostspieliges PR-Genie Barry Summers wecken. Das werde ich tun, sobald es endlich ganz offiziell ist, dass Mr. Summers unseren Wettbewerb gewonnen hat und feststeht, dass er ab jetzt nur noch uns vertreten wird. Gut so, Cassie. Trau dem Wort von niemandem, bevor du es nicht schriftlich hast. Die letzte Nacht war unglaublich. Geradezu eine Offenbarung. Ich dachte immer, Arbeit kommt vor dem Vergnügen. Ich wusste nicht, dass man beides miteinander verbinden kann. Ja, wir sind eben ein gutes Team, nicht wahr? Mason. Nichts und niemand kann uns irgendwelche Grenzen setzen. Ein hervorragendes Konzept für eine außergewöhnliche Beziehung. Um unser Energielevel aufrecht zu erhalten, sollten wir jetzt etwas Nahrung zu uns nehmen. Verstehst du, was ich meine? Kann ich dich dafür gewinnen, mit mir zu frühstücken? Dazu bedarf es keiner großen Überredungskunst. Oh. Was? Das hätte ich fast vergessen. Der erste Teil der Vergewaltigungsreportage fängt jetzt gleich an. Das würde ich gern sehen. Nach der Einführung werde ich jede von euch einzeln anschauen. Und ihr erzählt mir dann eure Erfahrungen. Habt ihr noch Fragen? Ich habe eine. Ja, Leila. Kann ich irgendetwas gegen die Aufregung tun? Ich bin noch nie im Fernsehen gewesen und ich habe noch nie öffentlich über das gesprochen, was mir passiert ist. Hören Sie, ich finde es großartig, dass ein junges Mädchen wie Sie sich traut, hier über so etwas zu reden. Als ich so alt war wie Sie, hätte ich am liebsten alles verdrängt. Und ich fühle mich im Moment so furchtbar nervös und ich glaube, ich werde gleich umfallen. Ich bin auch vor jeder Show immer wieder nervös, glauben Sie mir. Und diesmal ganz besonders, weil ich in diesem Fall auch Mitbetroffene bin. Ich bin Ihnen allen wirklich dankbar, dass Sie sich bereit erklärt haben, mitzumachen. Trotz meiner Angst denke ich, es ist gut, darüber zu sprechen. Ich gehe ran, entschuldigen Sie mich. Hier, Iden Castillo. Es ist schön, deine Stimme zu hören. Na, Sherry. Aber ich muss zugeben, dass ich langsam die Geduld verliere. Ich warne Sie, lassen Sie mich in Ruhe. Hören Sie auf, mich zu belästigen. Danny. Bitte fragen Sie mich, bevor Sie irgendwelche Anrufe durchstellen. Tut mir leid, es wird nie wieder vorkommen, okay? Bitte. Alles in Ordnung? Ach, es geht mir gut, es war nur jemand, der wahllos Leute am Telefon belästigt. Geht's dir wirklich gut? Ja, glaub mir. Ja. Geht's dir. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Also meine Damen, es geht gleich los. Ruhe im Studio, bitte. Okay und fünf, vier, drei, zwei... Guten Tag, hier ist Iden Castillo für KSB TV. Sie sehen heute eine Reportageserie zum Thema Vergewaltigung. Wir sprechen über eine besondere Form der Vergewaltigung, der Vergewaltigung durch Angehörige und Bekannte. Das Thema ist so geläufig, dass es schon fast alltäglich ist, darüber zu reden. Aber wenn Sie darüber nachdenken, gibt es kaum etwas Verabscheuungswürdigeres. Denn Angehörige und Freunde sind Vertraute, doch sie missbrauchen das Vertrauen. Und die Frauen erleiden einen schweren seelischen Schaden. Die meisten Frauen können sich nicht überwinden, die Vergewaltigung durch einen Nahestehenden zur Anzeige zu bringen. Aber in letzter Zeit sind immer mehr Frauen bereit, über ihre persönlichen Erfahrungen zu sprechen. Die meisten von Ihnen dürften wissen, dass ich selbst auch vergewaltigt wurde. Ich kannte auch denjenigen, der mir das angetan hat, aber ich war mir zunächst über seine Doppelrolle nicht klar. Und ich hatte nie einen engen Kontakt zu ihm. Das unterscheidet meinen Fall von den Fällen der Frauen, die heute hier sind. Meine drei Gäste kannten und vertrauten dem Mann, der sie angeblich vergewaltigte. Der Grund, weshalb ich sagte angeblich, ist, dass keiner dieser Männer davon überzeugt war, eine Straftat begangen zu haben. Der Mann, der angeklagt war, Julia Wainwright vergewaltigt zu haben, wurde vor Gericht freigesprochen. Gina Timmons war ein Teenager, als es geschah. Lila Sanchez hat niemals Anklage erhoben. Der Mann, der mir das angetan hat, starb, ehe man ihn vor Gericht stellen konnte. Sie sehen vier Frauen vor sich, die die gleiche schreckliche Erfahrung gemacht haben. Die versuchen, mit dem zurechtzukommen, was ihnen passiert ist. Diese einen tragischen Erfahrung, die alles für sie verändert hat. Mrs. Herr Nissen, hier spricht Officer Dunnelly von der Santa Barbara Polizei. Ich bin nur unter 5554810 zu erreichen. Ich muss so bald wie möglich mit Ihnen sprechen. Ich habe ganz vergessen, dass das läuft. Die Täter empfinden sich diskreditiert. Sie haben Angst, dass ihr Ruf ruiniert wird und sie ihr Ansehen, dass des anständigen Mannes verliert. Wieso rückt sie nicht offen damit heraus, dass Dash Nichols Abschaum ist und ins Gefängnis gehört? Sie gehören oft zu denen, die glauben, Julia würde niemals lösen. Nicht, wenn es um sowas geht. Soll ich Ihnen was sagen? Das Gericht hat mich freigesprochen. Aber ich werde durch den Schmutz gezogen, durch das, was Julia verbreitet. Ich habe meinen Job verloren. Sehen Sie, wie mich die Leute hier anstammen? Wieso gehen Sie nicht einfach nach Hause und sehen es sich doch? Weil ich unschuldig bin und mich auch nicht wie ein Schuldiger verhalten will. Sagen Sie bitte, könnte ich einen Kaffee haben? Natürlich, bitte. Danke. Haben Sie was über Stephen rausgefunden? Ich habe seine Vermieterin angerufen. Sie ist nicht da gewesen. Heute Morgen habe ich mit Laken geredet. Sie ist einer seiner Schülerinnen. Sie sagte, er hätte sich heute Morgen nicht blicken lassen und er hätte auch keinem seiner Studenten abgesagt. Das ergibt keinen Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass er eine Verabredung mit mir vergisst, weil er etwas Zeit braucht, um einen klaren Kopf zu kriegen. Aber er würde sicher niemals seine Schüler vergessen. Dafür kümmert er sich viel zu viel um sie. Deswegen wirkten die Schüler auch so niedergeschlagen, weil Stephen offensichtlich immer einen großen Wirbel darum gemacht hat, dass alle pünktlich erscheinen. Dann kommt er selbst nicht ohne Feuer abzusagen. Tja, ich habe keine Ahnung, was da los ist. So ein Zufall. Dort kommt seine Vermieterin. Guten Tag, Sie sind doch der Schnickels. Ja, der bin ich. Schön, Sie zu sehen, Mrs. Henderson. Stephen Slade ist einer meiner Mieter. Ich denke, Sie haben mich bestimmt noch nicht aufgesehen oder wahrgenommen, aber ich Sie. Sie sind ja jetzt immer in den Zeitungen. Ich freue mich, dass Sie von der Anklage freigesprochen worden sind. Ich denke, dass sie einfach nur frustriert war. Ich meine, sie hat den Capro hier nur wegen des Geldes geheiratet. Mrs. Henderson, ich bin Officer Dunmerly. Oh, Sie sind derjenige, der mich angerufen hat. Ich habe es nicht rechtzeitig zum Telefon geschafft. Doch dann bin ich gleich hierher gefahren. Ich bin noch nie zuvor hier gewesen. Ich habe Mr. Slade versprochen, wir würden mal hier vorbeischauen, aber meinen Mann vom Fernseher wegzukriegen, ist so gut wie unmöglich, glauben Sie mir. Ich verstehe. Er sitzt im Moment auch gerade davor. Ja, er sieht sich genau diese Sendung an. Er ist verrückt auf diese Iden Castillo. Mir gefällt ehrlich gesagt Ihre Frisur nicht so besonders. Ja, wollen Sie sich entsetzen? Entschuldigen Sie uns. Mrs. Henderson. Denken Sie bitte genau nach. Haben Sie Stephen Slade in den letzten Tagen irgendwann mal gesehen? Sie sind seit vorgestern schon nicht mehr und ich habe genau darauf geachtet, ob er da ist. Wissen Sie, als ich hörte, dass ein Polizist seinetwegen angerufen hat, da kriegte ich sofort so ein komisches Gefühl in der Magenruppe. Weswegen denn? Weil sein Auto in der Garage steht und er nirgends zu sehen ist. Nach dem, was sich in der Nacht davor abgespielt hat, bin ich ein wenig besorgt. Was ist denn da passiert? Es hat mich aus dem Schlaf gerissen und Sie können mir glauben, so wie Hank schnarcht, kann ich es mir nicht leisten, zu viel Schlaf zu verlieren. Er schnarcht als ob... Mrs. Henderson, wodurch genau wurden Sie in dieser Nacht aufgeweckt? Durch eine Frau. Sie und Mr. Slade haben sich gegenseitig angeschrien. Es ist mir passiert, als ich 13 war. Als meine Eltern herausfanden, dass ich schwanger war, haben sie sich so geschämt, dass sie beschlossen haben, mich von der Schule zu nehmen und mich zu Hause zu verstecken. Ich hatte nicht den Mut, wegzulaufen, so wie Sie. Vielleicht, wenn ich ein bisschen älter gewesen wäre. Ich denke, dass meine Mutter sogar erlaubt hätte, dass ich das Baby behalte, aber nicht mein Vater. Er schämte sich vor seinen Freunden und vor unseren Nachbarn. Er verlangte, dass ich mein Kind zur Adoption freigebe und ich denke, dass ich mit 13 keine gute Mutter gewesen wäre. Ich hatte allerdings auch keine Chance, es rauszufinden. Als ich meine Tochter das nächste Mal wieder sah, war sie bereits erwachsen. Wir sind uns natürlich fremd gewesen. Was geschah dem Mann, der sie vergewaltigte? Nichts. Er war ein Highschool-Footballstar. Dazu kommt noch, dass er im selben Team wie mein Bruder gespielt hat. Ich habe meinem Bruder nie gesagt, wer es getan hat, weil ich Angst hatte, er könnte versuchen, diesen Kerl umzubringen. Und dann durch meine Schuld im Gefängnis landen würde oder sowas. Ich weiß nicht mal, ob er mir geglaubt hätte, weil dieser Kerl von jedermann bewundert wurde. Er war einfach unantastbar, sowas wie ein Held. Er ging auf ein sehr angesehenes College und bekam ein Sportstipendium. Also saß ich Monat für Monat zu Hause herum und wurde immer trauriger und frustrierter. Und ich durfte inzwischen verfolgen, wie erfolgreich dieser Typ war. Ich erinnerte mich an den Ausflug, den wir gemacht haben. Er hatte ein neues Auto und er fragte mich, ob ich nicht Lust auf eine Spritztour hätte. Er stellte die Sitze runter und fing an, an mir rumzufummeln. Ich flehte ihn an, damit aufzuhören. Ich sagte ihm, er soll mich nach Hause fahren, doch er dachte überhaupt nicht daran. Ich konnte nicht weglaufen, ich dachte, er würde mich umbringen. Ich glaube, er hat auch etwas in mir getötet. Ich meine das, was man braucht, um anderen zu vertrauen. Danach sah ich alles mit anderen Augen. Ich sah auch mich selbst mit anderen Augen. Ich dachte, vielleicht hätte ich es verdient oder es wäre mir passiert, weil ich von Grund auf schlecht bin. Und ich wusste nicht, ich kam mit diesen Gefühlen nicht klar und ich richtete sie gegen mich selbst. Ich begann, mich mehr zu hassen als ihn. Wie denken Sie jetzt darüber, nach all diesen Jahren? Ich weiß es nicht genau. Ich denke, ich habe es geschafft, mir zu verzeihen. Und ich habe festgestellt, dass es ganz und gar nicht meine Schuld gewesen ist. Keine Frau sollte sich von einem Mann zu etwas zwingen lassen, nur weil er stärker ist als sie. Er hat kein Recht dazu. Nicht ich bin ein schlechter Mensch, sondern er. Tja, das sind die guten Neuigkeiten. Und was sind die schlechten, Gina? Ich habe mich danach nie mehr sicher gefühlt. Allein die Vorstellung, dass jemand so viel Unheil anrichtet und vollkommen ungeschoren davonkommt, dagegen muss man etwas tun. Wenn man ihn bestraft hätte, hätte er vielleicht begriffen, was er mir angetan hat. Aber stattdessen waren Sie diejenige, die bestraft wurde. Und er hat wahrscheinlich nicht mal eine schlaflose Nacht gehabt. Das, worüber Sie gesprochen haben, Gina, ist, wie allein und isoliert sich ein Vergewaltigungsopfer fühlt. Du bist plötzlich ein anderer Mensch. Du kannst das, was passiert ist, nie vergessen. Ich hatte immer das Gefühl, ich wäre besser dran gewesen. Ich hätte vielleicht ein besseres Leben gehabt, wenn ich damals diese Fahrt nicht mitgemacht hätte. Wir machen jetzt eine Pause und melden uns in einer Minute. Ich möchte wissen, ob das wahr ist. Ich kann nicht glauben, was du da sagst. Nicht, dass sie vergewaltigt wurde, aber dass es ihr Leben verändert hat. Ich kenne sie seit langer Zeit. Ich kann sie mir einfach nicht anders vorstellen, als sie ist. Ja, und wahrscheinlich wollte sie es sogar. Warum hat sie sich nicht zurückgelehnt und es einfach genossen? Das habe ich weder gemeint noch gesagt. Was ist mit dir los? Nichts. Jedenfalls nichts, was du verstehen könntest, Mason, denn du bist ein Mann und ein privilegierter Mann noch dazu. Du lebst in deiner eigenen Welt und denkst, du kannst selbstverständlich alles kontrollieren, was dir passiert. Und weißt du was? Du kannst es sogar. Ich hätte niemals erwartet, dich sowas sagen zu hören. Wieso? Weil du denkst, dass ich ganz anders bin? Mason, ich beklage mich nicht. Ich bin nur einfach sehr gut mit der Realität vertraut. Und die wäre? Dass Männer in erster Linie das Rennen machen und Frauen, wenn sie großes Glück haben, ihnen vielleicht dabei helfen dürfen. Dieser Filmbericht hat dich offensichtlich ziemlich beeindruckt. Ich denke, jeder Frau wird es schwerfallen, das zu sehen, ohne beeindruckt zu sein. Mason, jeder Frau könnte das passieren. Und ebenso gut mir. Ja, du hast recht. Gott sei Dank ist es das nicht. Ja, ich würde mir eine Tasse Kaffee holen. Willst du auch irgendetwas? Nein, danke. Konnten Sie etwas von dem verstehen, worüber sich Mr. Slade und diese Frau gestritten haben? Officer Dunnelly, für was für eine Sorte Vermieterin halten Sie mich? Ich schnüffle meinen Mieter nicht hinterher und ich klatsche nicht über Sie. Wenn Sie Ihre Miete bezahlen und korrekt sind, lasse ich Sie in Ruhe. Ja, verstehe, nur es ist so, dass wir noch keinen anderen Anhaltspunkt haben. Falls Sie irgendeine Vermutung haben, dann... Also... Ja, wissen Sie, ich hatte meine Ohrstöpsel drin. Ich muss sie immer reinstecken, verstehen Sie, weil mein Mann so schnarcht. Als ich auf die Idee gekommen bin, sie rauszunehmen, war der Streit vorbei. Also konnten Sie sozusagen nichts hören und sehen? Konnten Sie auch nichts, richtig? Ich sagte nicht, dass ich nichts gesehen hätte. Officer Dunnelly, Sie sollten sich mal ein paar Kämis im Fernsehen ansehen, weil Sie einiges darüber lernen können, wie man Zeugen befragt. Sagen Sie mir bitte nur, was Sie gesehen haben. Gut, ähm, ich hörte Mr. Slates, Tür zu fallen, also habe ich aus dem Fenster rausgeguckt und gesehen, wie diese Frau wegging. Mann, oh Mann, sah die sauer aus. Man konnte sehen, wie sie dann... Ja, ja, schon gut, ich verstehe. Könnten Sie mir bitte diese Frau beschreiben? Sicher kann ich das. Es ist ein Glück, dass ich meine Brille nachts nicht brauche, wissen Sie. Ich brauche sie nämlich nur beim Zeitung lesen, für das ganz Kleine gedruckte. Mrs. Henderson, bitte. Oh ja, ich weiß, ich quatsche immer viel zu viel. Okay, wie sie ausgesehen hat. Sie war hinreißend, einfach hinreißend. Okay, schon gut. Zum Glück hat mein Mann sie nicht gesehen. Ich bitte Sie sehr, versuchen Sie doch ein kleines bisschen konkreter zu werden. Ja, natürlich mache ich. Sie war dürr, manche Männer nennen sowas schlank. Sie war mittelgroß und sie hatte bildschöne, lange, rotbraune Haare. Es geht weiter. Bist du sicher, dass du noch mehr hören willst? Mason, es tut mir leid, ich wollte dich nicht... Du musst dich nicht entschuldigen, aber du musst verstehen, dass es etwas einschüchternd war für mich. Ich schäme mich für mein Geschlecht, wenn ich sowas höre. Das ist wirklich sehr einfühlsam. Ich gehe an. Hallo? Ja? Michael, hallo. Ich finde, das ist etwas kurzfristig. Tja, ich bin ziemlich beschäftigt. Oh ja, wenn es wichtig ist. Okay, ich werde dann so schnell ich kann kommen. Ich fürchte, wir müssen unser Essen heute ausfallen lassen. Ich habe eine Verabredung, die ich völlig vergessen hatte. Hat es was mit der Eröffnung der Capwell-Oase zu tun? Ja, genau. Ich treffe mich gleich mit dem Dekorateur, der den Maskenball vorbereitet. Das ist eine gute Entschuldigung. Treffen wir uns hinterher noch im Dschungel? Okay. Es dauert nicht lange. Gut. Amüsiere dich. Ich versuch's. Ich habe eine Tochter. Sie ist drei Jahre alt. Und der Gedanke, dass ihr irgendetwas zustoßen könnte, ist unerteidlich für mich. Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas je passieren könnte. Ein Unglück kann immer mal geschehen. Laut Statistik spricht alles dafür, ob es ein Autounfall ist oder ein Feuer. Doch damit wäre ich fertig geworden. Wissen Sie, ich hätte nie für möglich gehalten, dass ein anderer Mensch mein Vertrauen durch einen einzigen Akt der Gewalt völlig zerstören könnte. Kann ich dieses Vertrauen je wiederfinden? Ja, ganz sicher mit der Zeit. Ich denke Wochen und manchmal Monate nicht darüber nach. Man heilt Schritt für Schritt. Die Ängste sind noch da, doch man lernt damit zu leben. Ich glaube, es hilft, wenn man verständnisvolle Leute kennt, mit denen man reden kann. Und wenn es mehr davon geben würde, wäre ich sehr glücklich. Ich denke, Ihre Liebe zu Ihrer Tochter wird Ihnen sicher helfen, das durchzustehen, Julia. Ich wollte auch schon tausendmal alles aufgeben. Doch dann dachte ich an mein Kind und hielt durch. Das ist ein guter Rat. Es ist wichtig, dass Sie nicht auch zu Opfern werden. Dass wir es sind, reicht doch, oder nicht? Du hast den Strafprozess gelogen, aber es besteht lieber noch die Möglichkeit, einen Zivilprozess anzustrengen. Ich habe schon viel darüber nachgedacht. Es wird ein langes und hohes Verfahren werden. Das Einzige, was für mich herausspringen würde, wäre Geld. Aber würden Sie sich dadurch nicht rehabilitiert fühlen? Viele Leute sind der Ansicht, du solltest das Gerichtsurteil akzeptieren und die Sache einfach fallen lassen. Das willst du aber nicht, oder? Nein, auf keinen Fall. Das Gericht mag vielleicht Zweifel gehabt haben, aber ich nicht. Der Mann ist schuldig. Wir müssen leider hier Schluss machen. Die Sendezeit ist vor. Oh, hey, Karen, Jenny, wie geht es? Wir haben uns eine ganze Weile nicht gesehen. Und was gibt's Neues? Arbeitet ihr immer noch in diesem Büro? Das Thema ist wirklich uninteressant. Uns interessiert mehr, ob du Julias Aussage ignorierst. Wieso seid ihr davon überzeugt, dass Julia die Wahrheit sagt? Wir haben jahrelang zusammengearbeitet. Dieselben Interessen vertreten. Ihr wisst, was für ein Mensch ich bin. Und wir Frauen lügen ja sowieso immer, wenn es um Vergewaltigung geht. Was soll ich denn dazu noch sagen? Eine Frau hat mich angezeigt und ich bin schuldig, weil ich ein Mann bin. Erwartest du etwa, dass ich glaube, Julia lügt? Ich weiß, dass sie ein ehrlicher Mensch ist. Sie hat auf jeden Fall wesentlich weniger Gründe zu lügen. Weniger Gründe als ich, weil ich nur so ein Idiot bin, der versucht, auf seine Kosten zu kommen. Ich kann ja sowieso nicht die Wahrheit sagen, weil ich ein Mann bin. Wisst ihr was, ihr zwei? Haltet euch besser von mir fern. Ich bin ein sehr gefährlicher Typ. Wie das so? Ich freue mich, Kerl. Hallo, ich hoffe, Sie mussten nicht zu lange warten. Ich bin so schnell gekommen, wie es geht. Ich freue mich, dass Sie kommen konnten. Sie sagten mir, dass es wichtig sei, also habe ich eine andere Verabredung abgesagt. Ich habe leider nicht viel Zeit. Ja. Wir haben wirklich sehr viel Arbeit mit der Kerl-Oase, weil sie termingerecht fertig werden soll. Ah, da fällt mir gerade etwas ein. Sie werden in den nächsten Tagen eine Einladung per Post erhalten. Ich werde einen Gala-Maskenball veranstalten. Sie können es doch einrichten. Ja, ich würde sehr gerne kommen. Sie haben nicht viel Zeit. Ich will Ihnen erklären, wieso ich Sie herbestellt habe. Ich bin auf der Suche nach Steven, aus privaten und aus beruflichen Gründen. Wissen Sie vielleicht, wo er sich aufhält? Nein, tut mir leid, das weiß ich nicht. Wird er vermisst? In den letzten Tagen hat ihn jedenfalls niemand gesehen oder von ihm gehört. Er hat sich nicht im Dschungel blicken lassen und ist heute auch nicht vor seiner Schauspielklasse erschienen. Ungewöhnlich, das ist nicht Stevens Art. Natürlich wäre es möglich, dass er plötzlich die Entscheidung getroffen hat, Santa Barbara zu verlassen und anderswo sein Glück zu versuchen. Ich bin in seiner Wohnung gewesen. Wenn das so war, hat er nichts mitgenommen. Er hat nichts gepackt. Alles war unberührt. Ich frage mich, was soll einem Mann wie Steven denn passieren? Ich habe eigentlich gehofft, Sie könnten Licht in die Sache bringen. Oh, ich wünschte, dass ich das könnte. Wie Sie wissen, war unsere Freundschaft in letzter Zeit nicht besonders intensiv. Ich weiß nicht, aber vielleicht hat er einen unerwarteten Anruf bekommen, dass er bei einem Film Regie führen soll. Oder möglicherweise ist ein Freund krank geworden und Steven hat sich in ein Flugzeug gesetzt, ohne jemandem Bescheid zu sagen, wohin er fliegt. Ich sage nur, was mir so durch den Kopf geht. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Ich denke, das muss vor ein paar Tagen im Dschungel gewesen sein. Ich war mit Mason dort und, naja, Steven und ich haben kaum geredet. Sind Sie sicher, dass Sie ihn seitdem nicht mehr gesehen haben? Ja. Ja. Sind Sie nicht zufällig in seiner Wohnung gewesen? Nein. Wieso fragen Sie? Seine Hauswirtin hat ausgesagt, dass sie hörte, wie er sehr spät in der Nacht mit einer Frau einen heftigen Streit hatte. Wirklich? Vielleicht hat er eine heimliche Geliebte, von der keiner etwas wissen soll und sitzt jetzt seelenruhig bei ihr zu Hause und macht sich ein paar schöne Stunden mit. Seine Hauswirtin hat diese Frau übrigens gesehen. Und die Beschreibung von ihr passt ziemlich genau auf sie. Ich sollte dann wohl besser meinen Anwalt anrufen, oder? Brauchen Sie einen Anwalt? Ich bin nicht sicher. Was wird mir überhaupt vorgeworfen? Ich habe Ihnen nur einige Fragen gestellt, das ist alles. Ach, meine Güte, das hört sich vertraut an. Es könnte glatt von meinem Freund Stephen stammen. Waren Sie es nun, Cassandra? Nein. Nein. Ich bin ganz sicher, dass Sie dahinter kommen werden, wer diese mysteriöse Frau gewesen ist. Und glauben Sie mir, ich hoffe um Stephens Willen, dass es mit einer Affäre zu tun hat und dass nicht mehr dahinter steckt. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie etwas Neues herausfinden. Aber natürlich. Vielen Dank. Ich weiß das zu schätzen. Es tut mir leid, aber ich habe es wirklich eilig. Viel Glück. Sie finden ihn bestimmt. Danke. Ja, hier ist Julia. Und wer sind Sie? Oh, Mrs. Parks, natürlich weiß ich, wer Sie sind. Ich habe Ihre Kolumne schon oft gelesen. Danke, ich finde auch, dass es eine gute Reportage war. Nein, ich hätte nichts dagegen einzuwenden, wenn Sie einen Artikel über mich schreiben. Aber ich würde gern später darauf zurückkommen. Ich habe jetzt leider keine Zeit. Ich werde Ihnen Bescheid geben. Vielen Dank. Wiederhören. Ja? Ja, ich bin's. Und wer sind Sie? Ach, Marco. Hallo. Nett, dass du dich bei mir meldest. Freut mich, dass es angekommen ist. Wurde ja auch Zeit. Vielen Dank. Ich weiß deine Unterstützung wirklich zu schätzen. Also gut, bis dann. Ich melde mich. Mach's gut. Julia, die Show war wundervoll. Ich habe Sementa in den Schönheitssalon mitgenommen. Es wird nicht lange dauern, Augusta. Na, wunderbar. Die Tür stand offen. Trotzdem ist es Hausfriedensbruch. Verschwinde. Julia, du hast gewonnen. Das wollte ich dir nur sagen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass Sie zu Hause sind. Kann ich Ihnen behilflich sein? Sie haben mich wahrscheinlich nicht wiedererkannt mit der Perücke und diesen Kleidern, aber wir sind uns schon des Öfteren im Korridor begegnet. Ich bin Ihre Nachbarin. Ich wohne in Apartment 2A. Ach ja, ich erinnere mich. Mein Name ist Khaled O'Hara. Das ist selbstverständlich ein Künstlername. O'Hara stimmt wirklich, deshalb trete ich so auf und finde auch den Film großartig. Freut mich, Sie kennenzulernen, Nachbar. Und was kann ich für Sie tun? Es tut mir leid, Sie damit belästigen zu müssen, aber ich wollte gerade unter die Dusche springen, um danach arbeiten zu gehen. Und dann musste ich leider feststellen, dass ich keine Seife mehr habe. Ich habe gestern das letzte Stück verbraucht und vergessen, neue zu kaufen. Haben Sie nicht zufällig ein Stück extra Seife, das Sie mir leihen? Seife? Ja, ich denke schon. Ich werde Sie holen. Oh, danke. Oh, Maskenball. Wow. Hier, bitte. Sie sind ein Schatz. Also, da wird ganz bestimmt einiges los sein. Diese Kämpfers wissen, wie man eine Party schmeißt. Veranstalten die so etwas öfter? Oh, wissen Sie das nicht? Die geben immer Partys im großen Ziel. Die sind fast so wie die königliche Familie, aber wesentlich spannender als die. Ich lese den Klatsch über Sie mit Leidenschaft. Ständig wird einer von Ihnen verhaftet oder heiratet gerade. Klingt faszinierend. Ja, vielen Dank. Sie haben mir das Leben gerettet. Nicht der Rede wert. War nett, Sie kennengelernt zu haben. Das ist ja wirklich interessant. Das ist ja wirklich interessant. Ja, hallo. Ich möchte gerne eins Ihrer Kostüme für einen Maskenball ausleihen. Wäre das möglich? Die Schlacht vor Gericht habe ich gewonnen, aber du bist die Siegerin. Du musst jetzt glücklich sein, Julia. Du hast es geschafft, mein Leben zu ruinieren. Ich meine, diese Sendung hat den letzten Rest meiner Glaubwürdigkeit geraubt. Du kannst jetzt getrost alles über mich vergessen und in Ruhe weiterleben, wie du es dir vorstellst. Einfach so alles Geschehene vergessen? Es war keine besonders gute Idee, mit so etwas hier aufzukreuzen. Wie weit willst du noch gehen? Was willst du denn noch von mir? Dein Ex-Ehemann hat so großen Einfluss bei den Blues, dass ich meinen Job nie wiederbekommen werde. Die Leute sehen mich an, als sei ich Jack the Ripper. Frauen, mit denen ich jahrelang gearbeitet habe, wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Sie haben Angst, mit mir allein zu sein. Ja, gut. Vielleicht habe ich damit einer anderen geholfen. Reicht es dir immer noch nicht? Was willst du noch? Was? Ich will meine Menschenwürde wieder. Die kann ich dir nicht geben, das weißt du genau. Ich kann es nicht, weil du ja schließlich das öffentliche Schauspiel inszeniert hast und du kannst sicher sein, ich habe meine Menschenwürde verloren. Du bist ein Vergewaltiger, du verdienst gar keine Menschenwürde. Und genauso wenig verdienst du es, als freier Mann herumzulaufen und in mein Haus herein zu spazieren, nur weil dir gerade danach ist. Was erwartest du denn, wenn ich dir versprechen würde, dass ich nie wieder in dieser Gegend auftauchen werde? Wärst du dann endlich bereit, mich in Ruhe zu lassen? Gut. Okay, du willst also mit mir handeln. In Ordnung. Ich habe einige Bedingungen. Du wirst folgendes tun. Du wirst an alle Zeitungen einen Brief schreiben, Dash, und dich schuldig bekennen. Dann wirst du in Iden Castillos Sendung auftreten und zugeben, dass du mich vergewaltigt hast und dass deine Aussagen falsch waren. Danach wirst du dich umgehend einer Therapie für Sexualtäter unterziehen. Und wenn das alles erledigt ist, verschwindest du aus Santa Barbara und wirst dich nie wieder hier sehen lassen. Ich werde nichts dergleichen tun. Ich bin unschuldig, das weißt du genau. Ich werde mich nicht von dir verdrängen lassen. Wenn ich hier verschwinden würde, käme das einem Geständnis gleich. Es ist deine Entscheidung, dann wirst du mit den Konsequenzen leben müssen, denn ich verspreche dir, dass ich dich keine Minute mehr in Ruhe lasse. Verstehe, dann wird der Krieg weitergehen. Oh, danke. Ich weiß, dass mir oft Hintergrundinformationen fehlen, aber manchmal ist es besser, intuitiv zu handeln. Hoffentlich konnte ich helfen. Eden und Julia waren dir dankbar, dass du bei der Reportage mitgewirkt hast. Trotz allem, was du über die Capels denkst. Ich weiß auch, dass du Kies unter Druck gesetzt hast, gegen Dash Nichols vorzugehen. Ich möchte dir dafür danken. Ich hasse die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, mehr als die Capels. Es heißt, die beste Möglichkeit, sich nicht wie ein Opfer zu fühlen, ist aufzuhören, sich wie ein Opfer zu verhalten. Deine Frau, deine Ex-Frau hat es verstanden. Und sie hat die Kraft, das durchzuhalten. Wenn ich als Kind eine Reportage wie diese gesehen hätte, hätte sich vieles anders entwickelt. Du meinst, dann hättest du dir nicht deinen Chauvinisten die Kies ausgesucht, ne? Ich finde, es gelingt mir doch ganz gut, ihn bei der Stange zu halten. Schwierige Männer fand ich immer interessant. Das solltest du wissen. Wir haben damals eine schöne Zeit miteinander erlebt, bevor wir anfingen, uns in den Rücken zu fallen. Ich weigere mich, einen Gedanken daran zu verschwenden, wie verrückt du mich gemacht hast. Lass uns das Ganze mal rekonstruieren. Ich kann mich vage erinnern, dass ich Gift in meinem chinesischen Essen fand. Weißt du, woran das lag? Du bist einfach nicht mein Typ gewesen. Apropos, mir fällt da noch etwas ein, da du eben gerade Kies erwähnt hast. Ich hätte eine Frage an dich. Was hast du eigentlich mit Cassandra vor? Pass auf, was du sagst. Sie kann jeden Moment hier aufgrüßt. Das ist mir doch egal. Kies kommt auch gleich. Außerdem weiß sie, was ich von ihr halte. Zu mir ist sie immer gut gewesen. Sie erinnert mich an eine Weinranke, die langsam aber sich einen Baum umwindet und bevor man sich's versieht, ist von dem Baum nichts mehr übrig. Nur die Weinranke. Du kannst wirklich ganz schön gehässig sein, Gina. Es tut mir gut zu sagen, was ich denke. Ich finde, dass du mit Julia besser dran warst. Julia sieht das etwas anders. Weißt du, was ich nicht verstehe? Wenn ich Kies verzeihen kann, dass er mich zwei Jahre lang im Stich gelassen hat, wieso kann Julia dir da nicht verzeihen, wo sie doch selbst eine Affäre hat? Offensichtlich hat ihre Affäre ein jähes Ende gefunden. Ich finde es großartig von dir, dass du trotz aller Schwierigkeiten immer zu ihr gehalten hast. Das war sicher schwer für dich. Nicht so schwer, wie es für sie war. Es tut mir leid, dass der nicht verurteilt wurde. Ich denke, dass er nach dieser Reportage von der Öffentlichkeit verurteilt wird. Und bin mir sicher, dass sein Leben in Santa Barbara von jetzt an nicht sehr angenehm für ihn ist. Hallo? Hallo, Eden, hier ist Julia. Dash ist vorhin bei mir gewesen. Ist alles in Ordnung? Was wollte er? Deine Sendung hat ihm nicht gefallen. Naja, das überrascht mich nicht. Was hat er gesagt? Dass ich genug Schaden angerichtet hätte und aufgeben soll. Dann habe ich ihm meine Bedingungen genannt, doch er hat sie nicht akzeptiert. Noch nicht. Aber seine Chancen schwinden. Er ist bei dem Blues rausgeflogen und wird nie wieder dort arbeiten können. Wie fühlst du dich? Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Das ist meine Art von Therapie. Auf diese Weise kann ich mit dem Terror fertig werden, anstatt mir vorzumachen, dass er nicht existiert. Das ist sehr wichtig. Du darfst nicht aufgeben. Zu viele Frauen haben schon geschwiegen. Ich möchte diesen Frauen helfen. Und es soll natürlich auch nicht zu meinem Lebensziel werden, Dash davon abzuhalten, ein normales Leben führen zu können. Aber es wird ein Ziel von mir sein. Und falls in dieser Welt noch so etwas wie Gerechtigkeit existiert, wird es ihm nie wieder vergönnt, seinen erhobenen Hauptes durch die Straßen zu gehen. Ich finde es eine Schande, dass deine Loyalität Julia gegenüber nicht halb so groß war, als ihr verheiratet wart. Gina, du hast die Gabe, eure Probleme frühzeitig zu erkennen, das fehlt dir. Vielleicht ist das mein Schicksal, wer weiß. Ich erkenne mein Glück meistens erst, wenn es zu spät ist. Weißt du, was ich denke? Du willst niemanden auf Dauer an dich rankommen lassen. Du brauchst eine Frau, die weit weg lebt. Ich sehe schon meine Grabinschrift. Mason Capwell. Er lebte und starb ganz allein. Er konnte Frauen nur in der Entfernung ertragen. Ich hoffe, dass Keith nicht genauso denkt. Sturmwarnung? Es wundert mich, dass er so lange gewartet hat. Sie sehen genauso selbstgefällig aus, wie ich dachte. Und Ihnen kann man ansehen, was Sie wirklich sind. Ein schuldiger Mann. Ich wusste, dass Sie reich genug sind, um sich alles zu kaufen, was Sie wollen, aber ich wusste nicht, dass die bloß bestichlich sind. Wen haben Sie gekauft oder bestoffen? Es war wesentlich einfacher als das. Wissen Sie, die Oase-Gesellschaft hatte sich verpflichtet, sämtliche Programme durchzuführen, die uns von den Blues auferlegt wurden, als Sie noch der Regenguru waren. Dann haben wir das Problem gelöst. Sie mussten gefeuert werden. Ich verstehe. Sie haben Ihnen also ein Angebot gemacht und die Blues werfen mich dafür, den Hunden zum Frass. Das hoffe ich nicht. Womit haben die Hunde sowas verdient? Warten Sie, Dash. Lassen Sie sich um Gottes Willen nicht von ihm reizen. Das lohnt nichts. Sieh mal einer an. Da ist ja die Verräterin an ihrem eigenen Geschlecht, die ihr berufliches Ansehen auf der Verteidigung eines Vergewaltigers aufbaut. Nehmen Sie das zurück, Capwell, oder ich werde Sie wegen Beleidigung vor Gericht bringen. Dieser Mann wurde vor Gericht als unschuldig erklärt. Unglücklicherweise ist unser Rechtssystem nicht fehlerfrei. Gelegentlich zieht sich leider eine Schleimspur hindurch. Wissen Sie was? Sie allein sind schuld daran, dass Julia so weit gegangen ist. Sie ist erst so geworden, weil Sie sie belogen, betrogen und missbraucht haben. Ich warne Sie. Treiben Sie es ja nicht zu weit, Nichols, oder ich? Lass uns kommen Sie. Das ist doch sinnlos. Setzen wir uns wieder hin. Ich kann Ihnen nur raten, auf Ihre Anwältin zu hören. Das werde ich auch. Hör zu, mit Nichols im Dschungel zu kämpfen ist sicher keine Lösung. Ich finde außerdem, dass du ihn ganz schön in die Enge getrieben hast. Es wird Zeit, ihm den Todesstoß zu versetzen. Sie dürfen sich nicht so von ihm provozieren lassen. Er ist ein erfahrener Anwalt und das wird vor Gericht ein Vorteil für ihn sein. Haben Sie Julia im Fernsehen gesehen? Ja, natürlich. Ich habe gehofft, sie würde sich versprechen und ihren Namen erwähnen. Dann hätten Sie sie verklagen müssen. Ich bin auch so ausreichend provoziert worden, deshalb habe ich sie angerufen. Wissen Sie, ich habe meine Meinung geändert. Sie haben recht. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe mich selbst zum Narren gemacht und ich habe mich entschlossen, Julia wegen Diffamierung meiner Person zu verklagen. Und ich werde gewinnen. Ich denke, das Konstruktivste, was wir jetzt tun können, ist, die nächste Sendung vorzubereiten. Hast du morgen vielleicht Zeit? Großartig. Okay. Ich rufe dich dann an. Noch etwas. Gib Samantha einen Kuss von mir und versuch, dich etwas auszuholen. In Ordnung. Wir können morgen reden. Bis dann. Okay. Ich rufe dich dann. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im Kalifornia-Clan hier bei RTL.